Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video Bitcoin bei knapp über 40.000 US-Dollar. Wir stehen wieder vor unserem Widerstand gestern. Keinen wirklichen Abverkauf gesehen, eher eine komplette Seitwärtsrange. Und das obwohl die Zahlen aus den USA nicht wirklich gut waren. Das werden wir uns auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen genauer angucken, außerdem wie wir uns weiterhin positionieren. Werfen natürlich wieder einen Blick auf Ethereum, natürlich auch auf die Stockmärkte, ob sich da ein bisschen mehr was getut hat. All das erfahrt ihr auf jeden Fall in dem heutigen Video. Bleibt also bis zum Ende dran und bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch das Ganze traden wolltet oder auch die ganzen Altcoin-Videos, die wir die letzten Tage hier jetzt oder die auch jetzt immer weiter folgen, kaufen wollt, kann ich euch nur meine Partner bei so Bingix empfehlen. Dort kriegt ihr ja momentan alles Forex, Stocks und natürlich auch Krypto. So, jetzt würde ich aber sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 40.000 US-Dollar und wie gesagt, wir haben sehr, sehr wenig Bewegung gesehen. Wir haben auch immer noch nicht unser Golden Pocket hier oben bei 40.600 bzw. 40.700 US-Dollar angetestet. Also auch hier immer noch keinen zweiten Take-Profit. Wenn wir uns aber mal ganz kurz die USA-Daten angucken von gestern, die waren ja nicht wirklich top. Wenn wir uns das mal angucken, also Bruttoinlandsprodukt ist gesunken, 3,2%, vorherig waren es 3,6%. Komischerweise ist hier keine Prognose ersichtlich. Hat mich auch gewundert, aber gut, wenn man keine Prognose macht, kann man natürlich auch keine Prognose verfehlen. Also USA, gar nicht so dumm, sei mal dahingestellt. Aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Jetzt schauen wir mal, was heute noch so ansteht. 14.30 Uhr, die PCI-Daten, die VPI-Daten, ach nee, das ist Brasilien brauchen wir nicht, also PCI-Daten, die heute auf jeden Fall noch kommen, persönlicher Konsum, auch mal eventuell wichtig anzugucken. Und ansonsten war es das erste Mal. Aber das könnte um 14.30 Uhr auch nochmal interessant werden. Nur, die Märkte haben gestern auf die schlechten BIP-Zahlen überhaupt nicht reagiert. Hat mich ein bisschen gewundert, aber okay, 3,2% nur gestiegen. Also klar ist es trotzdem top, weil es an sich gestiegen ist. Davon kann Europa oder Deutschland mittlerweile träumen, aber es ist halt negativer ausgefallen als zuvor. Aber gut, auf jeden Fall hat die Kryptomärkte erst einmal überhaupt nicht gejuckt. Wir sind weiterhin hier in einer Seitwärtsphase, egal auf welchen Timeframe wir gehen, 1 Stunden, 4 Stunden Timeframe. Die Chancen in beide Richtungen sind immer noch 50-50. Die Long-Position läuft, wie gesagt, noch sollten wir nochmal einen Abverkauf sehen, was ich derzeit immer weniger glaube. Auch wenn das Volumen immer, immer schwächer wird hier. Also es deutet eher darauf hin, dass wir langsam aber sicher dann irgendwann mal einen Move kriegen sollten. Sollte dieser nach unten kommen, werde ich hier unten auf jeden Fall nochmal eine Long-Position bei 38.3 bis 38.5 nochmal erneut aufmachen. Weil einfach hier unten die Überschneidungen weiterhin sehr, sehr groß sind. Aufgrund eben dieser Demandzone, die wir nochmal ein bisschen weiter runterziehen müssen. Aufgrund des Wicks hier. Natürlich auch dem Pivot. Also es heißt Stop-Loss auf jeden Fall unter 38.2. Aber das habe ich ja gestern schon dazu gesagt. Ansonsten nach oben hin, Take Profit 2 wäre hier das Golden Pocket. Take Profit 3 mit möglichen Short-Einstieg. Weil das ist dann für mich jetzt dann so der mögliche Trendwendebereich. Sollten wir dann hier hochkommen, wäre dann hier oben bei ungefähr 41.6 bis ungefähr 41.900 US-Dollar. Also diese grüne Box, weil das auch das letzte Zwischenhoch ist, sollten wir das überwinden, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir sogar Richtung 45.000 US-Dollar gehen. Das heißt hier oben wäre dann für mich persönlich der erste kleine Short-Einstieg, den wir überlegen könnten. Mit der offenen noch Long-Position sollte die bis dahin noch laufen, einfach 50%. Dann haben wir im Endeffekt zwei Positionen offen, die wir dann erst einmal laufen lassen können. Ansonsten, wie gesagt, tut sich wenig. Auch wenn wir uns mal ganz kurz die Funding-Rates nochmal ganz kurz aktualisieren. Sehen wir auch, so wirklich viel tut sich da derzeit nicht. Also es ist ziemlich ausgeglichen. Binance vor allem alles neutral. Gate.io, Coin.exe zum Beispiel ein bisschen weniger. Die YDX ist sowieso durch das Dezentrale immer nochmal ein bisschen teurer. Also da tut sich derzeit gar nichts. Es werden nicht aggressiv Long-Positionen aufgebaut. Und wenn wir uns das Ganze auf Coinglass auch nochmal ganz kurz angucken, was das Bitcoin-Volumen anbelangt, beziehungsweise das Open Interest, sehen wir auch, da tut sich minimal nur was. Also keine riesen Ausschläge. Wir haben ganz normal weiterhin die Abverkäufe von Greyskyle Bitcoin Trust etc. pp. Und was gestern noch dazu kam, war, dass die USA möglicherweise auch noch ihre BTC verkaufen wollen. Aber da habe ich gestern auch noch einen Artikel in die Telegram-Gruppe reingehauen. Aber es ist alles nicht so schlimm. Also mehr Panikmache als im Endeffekt im Chart hier wirklich ersichtlich ist derzeit. Ansonsten war es das eigentlich so, was Bitcoin anbelangt. Wie gesagt, es sind einfach immer noch die zwei Optionen. Da tut sich wenig. Ich erwarte auch heute, wenn dann um 14.30 Uhr nochmal ein bisschen Bewegung. Ansonsten eher weniger, weil der Markt einfach momentan wirklich anscheinend gesättigt ist. Er kommt momentan noch mit den BTC-Verkäufen. Klar, kann sich jederzeit ändern, sobald wir irgendwie eine negative News noch bekommen. Ethereum weiterhin auch komplett unverändert. Also auch hier tut sich derzeit einfach gar nichts. Wir können das immer weiterhin nach hinten verschieben auf dem 4-Stunden-Timeframe. Wir haben dieses Tief hier noch nicht mal ganz geholt. Also minimal um 1 Dollar wahrscheinlich oder 2 Dollar nicht. Aber auch hier für mich momentan noch keine Möglichkeit, hier irgendwie in eine Long-Position reinzugehen. Das ist mir einfach zu riskant. Ich habe es ja gestern schon dazu gesagt. Von hier aus jetzt, da musste der Stop-Loss halt hier unten sein und das sind 7%. Und kein normaler Mensch geht mit 7% Risk in den Trade rein. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Entweder man geht hier oben dann den Short zwischen Golden Pocket und 0786er. Oder wir warten hier wirklich darauf, dass wir hier unten bei 2050 bis 2070 US-Dollar eine Long-Position eröffnen können. Mehr macht momentan hier einfach meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Aber schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr hier Long gehen würdet. Ansonsten blicken wir mal noch ganz kurz auf die traditionellen Märkte. Gold, keine wirkliche Veränderung. DAX ist wie gesagt unser Trade schon ausgestoppt worden. Geht langsam hier Richtung All-Time-High. Für mich noch kein Short-Szenario. S&P 500 orientiert sich langsam. Da haben wir ja gestern schon im Video drüber gesprochen. Da möchte ich hier noch gerne dieses Hoch hier abgreifen. Das könnte im Laufen des heutigen Tages dann wirklich passieren. Und das gleiche auch beim Nasdaq, wenn wir uns den mal angucken. Hier auch knapp das Hoch derzeit verfehlt. Also hier warte ich auch noch ein bisschen. Aber auch hier könnte es entweder heute oder am Montag dann zu einem Short kommen. Warum? BIP-Zahlen relativ bescheiden. Wir haben, wenn wir uns mal ganz kurz noch die Forex-Charts dazu angucken. Also Euro warte ich jetzt auch langsam hier auf das Reversal in dieser Box. Also auch da nähern wir uns langsam. Es könnte schon sehr, sehr gut mit einspielen. Und dann auch noch der DXY, der hier an einem fetten Widerstand hier oben angekommen ist. Also DXY könnte fallen. Dann auch noch die traditionellen Märkte. Da könnte sich so langsam aber sicher was anbaden. Und das könnte natürlich dann auch noch für Krypto ein ausschlaggebender Grund sein, auch noch ein bisschen weiter zu fallen. Aber wie gesagt, es ist kein Grund zur Panik. Korrekturen gehören dazu. Vor allem bei Krypto derzeit noch und vor allem auch bei den Stockmärkten ist es absolut überfällig, dass hier irgendwie mal langsam irgendwas passiert und man hier eine Korrektur sieht. Und dann mit weiteren Optimismus dann aufgrund auch der Wahlen in den USA dann deutlich bullischer noch ein bisschen in das Jahr startet. Ansonsten, wie gesagt, tut sich derzeit wenig. Ich kann euch nur die zwei Videos von gestern noch ans Herz legen. Multiverse X, also Elrond und natürlich VRA. Vor allem VRA hat es mir ein bisschen angetan. Das werde ich auf jeden Fall noch in mein Krypto-Portfolio integrieren. Nach und nach. Und ansonsten wird jetzt später noch ein kleines XRP-Update-Video kommen. Morgen kommt dann Fetch.ai. Und ihr könnt auch weiterhin gerne unten eure Altcoin-Wünsche gerne unten reinschreiben. Wenn ihr Bock habt, irgendwelche Altcoins, die wir uns noch angucken sollen in den nächsten Tagen, Wochen, schreibt sie in die Kommentare rein, damit ich mir das irgendwie abspeichern kann. Und dann wird es nach und nach jetzt in den nächsten Tagen und Wochen voll. Damit wir in dieser übergeordneten Korrektur oder Seitwärtsphase, je nachdem wie ihr es nennen möchtet, jetzt profitieren können. Es macht keinen Sinn, in solchen steigenden Kurse irgendwelche Altcoin-Videos zu machen. Aber wenn die Kurse fallen, dann macht es am meisten Sinn. Und ich sage es euch gleich dazu. Ihr braucht euch nicht hundertmal die gleichen Coins wünschen. Da bin ich auch überhaupt kein Fan davon, dass ich euch jetzt jeden Tag ein VIA-Update-Video mache, obwohl die Zonen, wo ihr nachkaufen solltet oder könntet, immer die gleichen sind. Macht keinen Sinn. Das ist Clickbait. Darauf habe ich keinen Bock. Lieber mehr Altcoin-Videos machen, beziehungsweise verschiedene Altcoin-Videos, als immer nur von einem Altcoin irgendwie 20, 30 Videos zu machen. Das wollte ich nur nochmal klarstellen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Wir hören uns später nochmal zu XRP wieder. Und ansonsten, ja, schönen Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und das war es von mir. Bis später. Ciao, ciao und wie immer. Stay Crypt.